Wie fandet ihr eigentlich eben mein nice, wie ich das geschrieben habe? Richtig nice. Mit dem N und dann der Eistüte, also wegen Eis und dann nice. Dann steht hier Englisch N, Eis, Nice. Achso, schade. Ich habe nicht mal auf das Englische gedacht, sondern einfach das deutsche Eis und das passt genau so. Ach, Passi, Mann, ist ja gut. Warum ist er zu VW, ist er wieder pissig und unlustig. Vielleicht hat er auch den falschen Schlübbern. Ach, von der Milf auf dem Club. Erstes Zimmer, ne? Was ist das eigentlich, Feinripp oder Spitze? Spitze. Also das ist Spitzenqualität, Feinripp. ETF, Esel, Türke. Mit Herzchen. Das ist jetzt echt gesagt. ETF, Esel, Türke. Esel, Türke. Cabbage. Madman Rusa. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrgut... So, äh, Raph, bitte sofort die Doppeltür dazu machen. Ich platziere ein AVS. Wo machen wir ihn zu? Hier, Küche war das, wa? Oder? Ja. Hier hinten. Ja, wir machen trotzdem die, äh, die Falltür, ne? Ja. So richtig Strom brauchen wir ja auch nicht, da kann ich ja direkt offensiv gehen eigentlich. Super. Das Gerät ist in Position. Gerät wurde aktiviert. Es bleiben noch 10 Sekunden. So, warte, Raph, noch nicht zumachen hinten. Es bleiben 5 Sekunden. Nach hinten muss noch zugemacht werden, ne? Und vorne auch. Vorhin die Einzeltür und... Die Tür ist verharmelt. Kameraübertragung live. Ok, ich geh in, äh... Ah, Trophäenraum. Oh, ich wurde direkt erschossen. Von wo wurde ich erschossen? Oh, Schein-Spotzer. Gesprayet, dass er das Fenster aufgeschossen hat, oder? Ne, ich da nicht hin. Oh, fuck. Oh, er wurde direkt aufgerecht. Davon mach ich jetzt noch. Hab ich jetzt nen Clip gemacht. Das ist krass. Ich hab die Tür... Die Tür zum... Ne, zum Trophäenraum zugemacht. Was... Das war Sledge oder Setcher. Was britisches. Und, äh... Der hat nur gesehen, dass die Tür zugemacht wurde. Und hat durch die Wand geschossen. Auf mich. Durchs Küchenfenster vom Spawn aus. Nice. Die drohen gerade den Trophäenraum. Alter, stirbst du auch irgendwann mal? Hab Termites. Glasses... Glasses im... 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 Kaminzimmer. Termites hab ich. Und Oidena ist jetzt im Trophäenraum durchgegangen. Hibana hab ich grad. Nice. Da ist noch jemand. Trophäenraum kommt anscheinend noch jemand. Was, ich komm mal mit zu dir nach unten. Wah, Ash. Die sind kuscheln. Ich hab Fetscher oben noch gesehen. Also Ash geht jetzt... Ash geht wahrscheinlich Trophäenraum rein. Ja, Ash, Ash ist noch am Trophäenraum. Wow, wow, wow. Er spielt da durch. Wow, 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 wow. Die Nutte. Glasses oben. Im... Bei der hinteren Treppe. Hassi, der geht jetzt runter zum... Bleib da... Bist du ganz oben? Ach ne, du bist unten. Ja, genau. Umlauf ihn. Er guckt jetzt. Er guckt nach unten. Warte, mach noch nicht. Zeig dich nicht. Nein, er kommt. OOOOOOHHHH. Er haut... Ne, er geht rum. Ne, ne, ne! Er ist woanders langgegangen. Er guckt... Er guckt jetzt wieder. Er geht noch Richtung Bauer wieder. Ach, Ash ist drin Fuck Ich hab Glass, ich hab Glass Ich hab Glass Wir müssen helfen, wir müssen Daniel helfen Ja, ja, ja Ich bin da, ich bin da Bei mir, bei mir Da wo Daniel stand direkt, der hat nicht mehr viel Der hat nicht mehr viel Nein Das ist der Typ, der mich direkt am Anfang holt hat Also ich bin der Meinung, die haben auch relativ Also ein gutes Stereo-Headset Bei Glass hat dich auch sofort gehört Als du an der Grund gekommen bist Ja, hab ich Der sofort umgedreht Ah, Mann, das war ärgerlich Ja, ärgerlich, ja Ich weiß aber auch, woran es liegt An meinem Eyes Aiming Stark Ach, Mann, 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 Mann Schade Ach, der hätte auch einen Schuss gebraucht Dann hätte ich den gehabt, ey Oh, Schade, 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 Schade Bestimmt Garage Ja, ja, Garage ist was Ja, ja, ah, ich bin da noch nicht drauf reingefahren Ich hab Galanten dabei, ne Jetzt haben sie auf jeden Fall Mute Mute ist gut, dass du Galanten hast Jäger, Safecars Alter, woher bin ich denn die Mute-Dinger hingelegt? Ich bin auch direkt reingefahren Der Mute-Gefahrgut-Behälter wurde zokalisiert Oh, du hättest in dem Moment hingelegt Können wir auch senden Einsatz in 10 Sekunden Was, gehen wir ja durch die hintere Garage, oder? Ne, ich geh erstmal, wenn er eine Trick macht Weiter zum Bio-Gefahrgut-Behälter Und dann Granate werfen Ja Du kannst ja auch mal nicht die Jura zerschießen direkt, ne? Ey, ich hab mir eine Drohne geworfen Die ist direkt kaputt gegangen Stark Ich kann anscheinend nicht durch Schnee fahren Vorsicht, ERP Und Lukas, mach die Trick? Er weiß grad nicht Ja, machen sie, ja Ja, warte, ich komm, ich bin gleich da Er führst mir hier oben rein, in die Hauptlobby Rein draußen Noch ein Schockdraht Also der wird auf jeden Fall noch da stehen Oh, gut, Granate Ja, jetzt hat ein bisschen gelegt Ja, äh, jetzt werfen Ja Nice Nice, Raph Offen Schon ein bisschen offensiv, die Typen, ne? Nö, wieso, wir waren auch direkt dran So, den ersten Blick hab ich jetzt hier grad nix gesehen Aber im Nebenraum ist bestimmt was Nix mehr zum Drohnen oder so? Oh, shit, ey Ich weiß nicht, was hier los ist grad Ich kann nochmal vordrohen Ja, siehst du den Raum sauber? Naja, jetzt geht's um die Oberetage, ne? Ganz oben meinst du? Naja Ah, ich bin Störer gefahren Direkt hinter dem Schneemobil Ach Unten oder unten? Oh, war der Raph Der sitzt gleich, gleich unten an der Tür An der Treppe Hast du jetzt noch eine Treppe? Ne, ich hab zwei gebraucht Das war ich Okay Ich bin jetzt hinten an der Einzeltür Oh, passi Irgendwie ein Durchgang zwischen Bar und Esszimmer Wo die kleine Doppeltür ist, ja genau Jäger sitzt da Ja, warte, hier Nimm mal eine Drohne dann, bitte Ja, ja, ich bin drin Deine ist auf jeden Fall noch drin Wahrscheinlich hier vorne In der Ecke dann, passi Geradeaus durch Auf der Treppe irgendwo Hier, bitte, so die Drohne nehmen, ne? Ja, ja, ich bin drin Das ist so ein bisschen So Vermute Treppe, passi Hab ihn Ja, ist, ist Ja, ja Weinköller ist der Warum ist der? Ihr müsst gleich rein Die Schüsse von da gesehen Oh, hab ihn Warte, warte, warte Nebenraum ist der Nein, nein, Daniel Ah, nein, der ist da Nice, Daniel Sehr schön Der ist ja Kevritsch, das ist so Sehr, sehr schön Ja Mit die Bahn wäre das schwierig geworden Ja Ja, das stimmt Das stimmt Ähm Gehen wir hin Nochmal Naja, erstmal nicht nochmal Erstmal Schneemobil, oder? Bah, letztens Wir können auch Schneemobil gehen, also mir egal Ja, ist ja im Prinzip egal Wir haben ja noch Auf jeden Fall noch Ja, musst aber aufpassen Steffen, falls du den Trick versuchst Ähm Könnt natürlich sein, dass die jetzt Granaten werfen Nee, mach ich nicht Werfen Ich gehe, ich gehe dann nach hinten wieder Also ich lege nur meinen Strom an Ja Mach auch meine Wände direkt Dann gleich weg Kann Soll ich die machen, oder machst du die noch? Ähm Ich kann hier noch machen Fossei hoch Kann ich hören Und schon schließlich Ja Ja Falls noch jemand rein oder raus Wir können das über die Treppe machen Ja, aber nicht Nicht zu offensiv spielen Aber die, die offensiv spielen Weil wir müssen dann irgendwann auch Gut nachrücken können, ne? Wenn die draußen aufkriegen Was die sicherlich werden Früher oder später Auch Raff, mach hier nochmal zu, bitte Dumm, ein Weinkiller Ja, genau Okay Werden sie wahrscheinlich drehen, aber Ja, ist gut, aber die kann Nee, nee, die haben die Camp schon Nee, Andertsfenster musst du nehmen Okay Ja, die haben direkt hier so rauswerfen Mach den auch Ja Jetzt müsst ihr nur aufpassen, dass die hier von keiner anderen Seite kommen Und ihr müsst das so unten halt halten, ne? Ich hab das jetzt getan Ach, der hat doch jetzt keine Wand mehr machen Mensch Hat der denn gerade gefühlt? Schuss habe ich, Schuss habe ich Der kann nichts mehr machen Schuss, kommt nichts mehr Morken hier viel Oh, fuck Sind die alle von einer Seite oder was? Ja, das scheiße bei Garage Hätte ich mir vorher einfallen können Sind hier unten? Also alle draußen? Nee, die kommen auch in Lobby jetzt Große Lobby Bleib stehen, bleib stehen Bleib stehen Bleib stehen Wir werden hier gedroht Wir werden hier gedroht Die kommen da von dieser Galerie Weißt du, diese Vorsprung Lässt du auch irgendwo was? Ja, ja, oben Weißt du, da wo man die Treppe hochgehen kann Wo man so die große Fensterfront aufmachen kann Ja, einen hab ich jetzt Schön Sein Störer Aber Fenster sind doch noch zu Unten ist sie Ja, aber unten Unten Und da ist einer hochgegangen Und Ja, jetzt Einer kommt auch von Von Wein Er ist schon drin Ja, Gläs hat er echt geholt Oh nein, Weinkeller ist noch einer Oh nein, in einem kleinen Weinkellerraum Der ist schon im Miniraum Ja, ja, der ist im Nee, nee Ein Weinkeller Also im Weinkeller Miniraum Achso, okay Da war der Ey, du kannst da reingehen Gleich steht draußen Die Kadi hab ich schon zerstört Nein, dann stirbt der nicht Der guckt zu dir Der guckt zu dir Sauber, Stefan Gibt der mal einfach aus der Hüfte Aus der Hüfte Da stirbt der Penner nicht Den schon aus der Hüfte Und den dann auch Nice Schön, Stefan Sehr gut Oh, da stirbt der Gläs echt nicht Der ist so abfuck geworden Weil er auch drei Leben hat Einfach, ne Das ist so Drei Rüstung Eigentlich Läs hat drei Rüstung Ja Wie alle Rüstung Hättet doch mal nur zwei Nee, der zwei Ah, noch der So Doch, da alle Rüstung Und das Tolle Leute sind Wer hat nur zwei Läs hat nur zwei Rüstung Krass Hab ich nicht gewusst Ja, natürlich Daniel Auf 500 Meter Dem ein Headshot gibt Dann hilft ihm Auch ne Dreier Rüstung Nichts Ja Wobei er ich so Hinkriegen könnte Soll ich gegen den Keller Aber Keller haben die Gar nicht gewonnen Bah Nee, macht nur die Falltür zu Äh, Carvierer Nee Erste Jo Ah, doch Keller Okay Ich weiß nicht, ob die sich das normal trauen Mit dem, mit dem Trick Ja, ich hab Granate dabei Also Oh, die haben Mira diesmal Ja, kann ich, kann ich aufmachen Also Ich probier's mal erstmal Mit meiner Drohne Äh, Carv, genau da fuse Wo du gerade auch gefused hast Ja, das kann natürlich Oh, nee In dem Moment ist die Vorbereitungsphase zu Ende Das kann natürlich problematisch werden Fenster ist offen Außenfenster Ach, scheiße Ich hab mich auch kaputt gemacht Bis vor Okay Bisschen noch Furchtbar Wenn ich was Pack auch gerade Mira ein bisschen ab Hab einen Einer ist im Nebenraum Nebenraum ist Ähm Bandit Jäger und Bandit und Jäger Bandit und Jäger Bin da Oh, die haben das andere Fenster auch aufgemacht Wo geht das andere Fenster denn hin? Na, das andere ist zum Weinkeller Zum Weinkeller Raph, kommst du mal zu mir vielleicht? Okay, Dani Wenn du das hier probierst aufzumachen Musst du das versuchen geduckt zu machen Erstmal ran kriechen Bass hier Ganz unten Ist einer gerade in den Weinkeller gegangen Da hinten ist aber keiner Der Weinkeller kann natürlich Da ist offen, ja Bandit steht noch in dem kleinen Raum Hier, hier in der großen Lobby Äh, in den Boden rein Fusen Ungefähr über das Ziel Aber ich weiß nicht, ob da wer ist Ne? Wir müssen ein bisschen auftauchen Okay, wir haben aufbekommen Und rausrennen Fusen rausrennen Fusen rausrennen Noch einen Einer ist noch im Nebenraum Der ist jetzt im Weinkeller Ja, der Fuse ist mal da nochmal Da nochmal Gute entdeckt Hab den angefragt Der ist hinterm Schreibtisch hinten Ich glaube, einer ist immer noch im kleinen Raum Ja, der Fuse ist jetzt Raph, glaube ich, hin Runde nochmal vor, Lukas Der ist oben, bar, oben, bar Hab ich, hab ich, hab ich Das war nicht der, den ich angefragt habe Der andere ist Hab ihn Weiter hinten, ja Ich glaube, mit Twitch hab ich die gerade richtig abgefuckt, oder? Hab ich den gut gegeben Durch die, durch die Mira-Fenster Und du hast Ja, nice Ja, nice Den ja doch nicht Schade, dass du gestorben bist Aber immer Darfusen ist gut, wenn die im Keller sind, ne? Also in dem Bereich Ähm, okay Wir sind CF Und CF steht für Confusion Und vollständig E-Sports noch So, und wo gehen wir jetzt hin? Bar? Äh, Bar, oder? Ja, wenn ich auch probieren Ja, wenn ich auch probieren Ja, wenn ich auch probieren Oh, da brauche ich aber keinen Spray Keinen ACOG-Rufsatz Ach, ich bin Posse, ich passe das immer an Da brauchen wir auch keinen Viva unbedingt, oder? Ja, ich passe das an, weil ich Profi bin Nicht so wie CF Viva Öh, CF steht für Confusion Das war eine Zuschauer Das, das, das Profi bei Viva ist, der trifft alles mit seinem Ehenvisier und muss nicht wechseln Ja Das ist halt auch am besten Danke, Stefan Aber lass mal Posse, ich wechsle auch Wenn ich der Meinung bin Äh, hat wer C4 oder ähnliches? Ich hab C4 Willst du mal die Fremdschirer von der Bibliothek, achso Ja, warte, von der Bibliothek Äh, nach unten machen Aufmachen Ich verstehe, die haben eine Camp von mir schon gesehen Ja, Raph, du kannst dann beides zumachen, ne? Aber Daniel, Daniel, Raph, nein Ich muss noch raus Ähm Achso, Stefan muss noch raus Äh, ich wollte gerade gefragt, ob wir mal bei außen Äh, hier an Bibliothek, Bibliothek, ganz außen Von unten kannst du auch machen, von unten kannst du auch machen Ach, aufmachen, okay Ich wollte gerade, ich wollte gerade gefragt, ob wir mal Bock haben Auf'n, äh, Clanrohr haben Also, im Grunde würde nichts dagegen sprechen, oder? Ja, auf was? Ein Clanrohr Äh, du kannst, du kannst mir gerne mal eine Freundschaftsanfrage senden Meinen Clan-Tags dies her Ach, mein Clan-Tag, mein Gamer-Tag Gamerad, die Tür ist schon auf Auf, auf, auf Aufgehasht Über die Galerie kommen die Also über die Blanche Raph Willst du besser in die Ecke gehen? Wäre ganz gut Hab die Bahner Hab die Bahner Nur noch ein Gegner Oder Fuse Wurfe ich Kann da nur noch 11 sein Muss dann ja auch hier unten irgendwo sein, ne? Aufgemacht Sie da noch draußen, Stefan? Ich gucke euch das an Ohhhh 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 Ohhhh, nice Stefan Na, würde ich jetzt offline gehen als Madman-Roser Ja Werde ich auch mad Nicht so getötet Aber ich, also bei den Typen, am Anfang hatte ich ein bisschen Dampf vor den Typen Ja Weil die so mega offen zu füllen Weil die so mega offen zu füllen Weil die so mega offen zu füllen Aber dann Z Nice Iiiiiz Unser geiles Team Das geil Macht Mensch Goldi, zwei Kills Doch alles Goldi ist noch nicht so ein Goldrausch, ne? Ne Was? Wieso, wie sagt die Uhr? Ja Aber eh nach wäre ich noch dabei 10, ne? Ich hab die Uhr noch nicht umgestellt Müsste 10 sein, ja So, kurze Pause wieder Gleich geht's weiter Bei 1 wärst du uns eigentlich bei 1? 5 10 11 11 15 16